Microsoft Defender for Identity. Herzlich willkommen zu einer weiteren Session zu dieser kleinen Miniserie. Heute geht es darum, dass ich das Werkzeug testen will. Wir haben beispielsweise den Sensor auf dem DC installiert, wir haben die E-Mail-Benachrichtigung eingerichtet, all die Komponenten, die es dazu braucht, um mit dem Werkzeug zu arbeiten. Aber funktioniert es denn auch? Und genau das habe ich getestet. Und ich habe wirklich intensiv getestet. Und ich will Ihnen das gleich zeigen, wie ich getestet habe, weil ich habe zwei Benachrichtigungen erhalten. Diese Benachrichtigung habe ich gestern erhalten und beim heutigen Test habe ich diese Benachrichtigung erhalten. Zwei Angriffe, zwei Brutforce-Angriffe, einmal mit SMB und einmal mit LDAP. Also, Sie sehen, es funktioniert, aber ich möchte Ihnen das selbstverständlich auch im Portal zeigen. Ich befinde mich im Portal Microsoft Defender for Identity. Und wir sehen diese beiden Angriffe. Wir haben hier den vermuteten Brutforce-Angriff auf drei Konten. Ich klicke auf den Link, drei Konten, dann sehen wir die Konten, die betroffen sind. Aha, Petra Hammer, der Administrator und sogar der ATP-Sensor. Und nun kann ich selbstverständlich auch diese Benachrichtigung öffnen, indem ich auf den entsprechenden Link klicke. Und wir sehen, was genau passiert ist. Wir sehen, dieses System hat den Angriff gestartet. Und hat eben diesen Angriff direkt ausgelöst beim DC01. Und schauen Sie sich mal das an. Vermutete Nutzung des Hydra-Tools. Ich kann Ihnen gleich sagen, das ist absolut korrekt. Ich zeige Ihnen im Hintergrund, was ich gemacht habe. Kali Linux ist mein Freund. Ich setze dieses Werkzeug sehr oft ein. Und Sie sehen, ich habe ex-Hydra verwendet, um diese Angriffe zu starten. Wunderbar, hätte nie gedacht, dass ich das direkt so sehen würde. Sie haben gesehen, ich habe den ersten Test untersucht. Dieser SMB-Angriff. Wir gehen zurück auf die Zeitachse. Da sehen wir den heutigen Angriff. Vor 22 Minuten habe ich einen LDAP-Angriff gestartet. Wir können die drei Konten wieder anschauen. Jeff Steiner, Petra Hammer und Administrator. Und wir können selbstverständlich auch diese Benachrichtigung öffnen. Und wir sehen auch wieder, was passiert ist. Wir haben hier die Meldung, dass dieses Konto den Angriff gestartet hat auf DC01. Und wir sehen dieses Mal aber kein Werkzeug. Aber ich habe auch wieder Hydra dazu eingesetzt. Übrigens bei Hydra können Sie die Protokolle einstellen. Ich zeige Ihnen schnell, wie das funktioniert. Ich navigiere zu Targets und Sie sehen, hier können Sie das Protokoll auswählen. LDAP, LDAP3 oder eben auch SMB steht ein wenig weiter unten zur Verfügung. Selbstverständlich braucht es da noch einige Anpassungen, damit Sie diesen Angriff starten können. Sie müssen beispielsweise mit einer Passwortliste arbeiten. Die habe ich angegeben. Den Benutzernamen angegeben. Und dann das Werkzeug starten. Aber solche Werkzeuge sind ganz wichtig, damit wir herausfinden können, ob eben unser Schutzmechanismus funktioniert. Beziehungsweise nicht direkt Schutzmechanismus, sondern unser Überwachungsmechanismus. Und ich glaube, das haben wir direkt gesehen. Ich habe auch sofort ein E-Mail erhalten, als ich diesen Brutforce-Angriff über LDAP gestartet habe. Ich habe Ihnen schnell das E-Mail gezeigt. Selbstverständlich können wir jetzt auch das Ganze weiter untersuchen oder beziehungsweise auch in den anderen Portalen überprüfen. Wir haben beispielsweise das Portal Cloud App Security. Und dieses Portal bezieht ebenfalls Informationen, und zwar vom Microsoft Defender Security Center. Und wir sehen bereits hier bei der Benachrichtigung, da gibt es Alerts. Ich klicke auf Alerts und wir sehen Suspected Brute Force Attack über LDAP. Wir sehen, es wurden 323 Passwörter versucht bei drei Konten. Genau das, was wir vorhin auch gesehen haben. Oh, und jetzt sehe ich noch einen weiteren Alert. Discovered App Security Breach bei der Barracuda. Und wir haben hier unseren SMB-Angriff. Auch da sehen wir, dass drei Konten untersucht wurden, beziehungsweise drei Konten angegriffen wurden. Wir können jetzt die SMB-Attacke ebenfalls anschauen. Und wir sehen beispielsweise hier Petra Hammer ist da angezeigt. Wir haben die weiteren drei Konten, die wir uns anzeigen lassen können. Wir sehen auch das System, welches den Angriff gestartet hat. Das ist die eigene Adresse von Kali Linux. Und Kali Linux hat eben den DC01 angegriffen. Und wir sehen auch hier wieder, dass das Hydro-Tool eingesetzt worden ist. Wir werden den anderen Alert selbstverständlich auch noch untersuchen. Wir sehen hier den LDAP-Alert. Und da haben wir ebenfalls wieder die Informationen. Wir sehen diese drei Konten, welche untersucht, beziehungsweise angegriffen wurden. Wir sehen das System, welches den Angriff gestartet hat. Und wir sehen auch unten, was passiert ist, was ebenfalls versucht wurde. Sie sehen es hier. Logon, Jeff Steiner. Failed Logon, Jeff Steiner. Dann wieder Logon, Jeff Steiner. Dann Petra Hammer und Administrator. Wir sehen also die drei Konten, die untersucht, beziehungsweise die angegriffen wurden. Jetzt wählen wir mal den Jeff Steiner aus. Logon. Und wir sehen hier die entsprechenden Informationen. Wir sehen Logon, LDAP-ClearText, Jeff Steiner, Active Directory, Internal Network IP. Das ist alles absolut korrekt. Ich habe diesen Angriff vom internen Netzwerk ausgestartet. Was mich aber viel mehr positiv beeindruckt ist, dass das Werkzeug, der Microsoft Defender for Identity, sofort reagiert hat, mir ein E-Mail zugestellt hat und ich dann direkt nachschauen konnte, was passiert ist. Okay, ist jetzt natürlich alles gespielt oder gestellt, wie man dem vielleicht sagen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich weiss nun, dass das Werkzeug zuverlässig arbeitet und sollte ein erneuter Angriff gestartet werden, dann werde ich entsprechend per E-Mail benachrichtigt. Also, ich weiss nun, dass das Werkzeug zuverlässig ist.